ja liebe leute herzlich willkommen zurück zu mario kart 8 der lachs herzlich willkommen ja ich spreche es als ich nicht so aus weil es genau so ausgesprochen wird viele sagen natürlich deluxe aber es wird der lachs ausgesprochen das kann jeder aber für sich selber entscheiden wie er da lust und launer wir machen weiter mit der 50er klasse und dem dritten cup diesmal mit und wir haben ein motorrad gewonnen und dass wir auch direkt mal nehmen das heiße ding hier also das motorrad gut dann nehmen wir das mit und wir machen weiter mit dem stern cup und der ersten strecke die da heiß sonnenflughafen so hier mal schön mit dem moped diesmal ich kenne die strecken auch nicht also in den ball gerade die sind auch viele viele oder die meisten strecken hier unbekannt na man den diesmal verfolger link und tot mehr doch gekommen es ist doch gekommen es ist doch wieder junior wenn ich es richtig sehe oder naja habe ich natürlich geworfen und wir haben es ja gleich geschafft wir haben die erste runde schon geschafft flugzeug ausweichen obwohl das eigentlich auch nicht steht es ist okay nein ich würde sich das flugzeug durch aber wir haben in einer größeren abstand wieder zu link und durchgekommen was für die kompletten gekommen sei es sich mal junior sein so hier schön hoch also noch zehn minzen diesmal kommt ob ich kein flugzeug rein nein ich habe mich wieder ein flugzeug starten konnte es ist wie du musst du sie durch so letzte runde ich glaube wieder wegfliegen ich hoffe dieses Jahr werde ich auf jeden Fall nicht noch mal fliegen aber nur dafür diesmal noch mal ein paar wochen in die schweiz ich habe jetzt nächste woche noch dann habe ich vier wochen urlaub also nach freitag und dann jetzt auch wieder weg und zelten und dann komme ich vielleicht nochmal in der augustin die schweiz fliegen kann weil er fragen kann ich meine mittels besuchen das ist so mein ziel und nehmen wir hier mit hier sieht der abstand ist riesig also der wird so jetzt sind wir gleich durch und haben uns den ersten sieg geholt so nächstes rennen nächstes rennen die delphine laguna so auf geht's so auf geht's schön da durch und hier wieder die kenne ich dringend ich habe mich gar nicht weit privat gezockt oh wir haben einen verfolger und der ist dort gekommen ich wollte über diese muräne hier weg oh nein oh die hat es das Wassergespieler nimmt es drei Sternchen weg diese zweite kann man unsere Siegserie erhalten wie da ist ja genau ich wollte mich verarschen nicht noch ein zweiter oder ich wollte zwei und wir sind wie gesagt momentan nur Platz zwei hinter Donkey aber ich kriege da noch nur Münzen rein ich mache selber jetzt habe ich noch eine rote Kanzel hier nochmal das Mario äh was das Ding so vorbei an Donkey und wieder der Abflug nach dem Blitz Link führt momentan das könnte aber nicht auf Link das geht auf uns okay ich dachte der geht um zu dem Z-Bug nach dem Abgefeuerten was ein Rennen ey das ist hart im Kämpfen auf jeden Fall er hat ja auch im Kämpfen auf jeden Fall als in den das vorigen Rennen mit drei aber momentan führen wir noch hier noch ein paar die Münzen mitnehmen jetzt hoffe wir kein bisschen Glück haben achten jetzt noch haben wir ja ja Link ist jetzt mal ein bisschen außer Gefahr nächstes stachelpanzer und noch ein roter panzer hinterher weil es so schön ist und wir schaffen es mit vier steilen in das Ziel von wegen vier ein einziger Parkleiter am Ende noch also durchgehen nur drauf fahren aber egal wir haben es geschafft nächstes Rennen sind im Disco Drone ist jetzt ich noch dritte oder dritte oder dritte rennen dritte rennen ne dritte guter schafft von link dem helden aus zelda auf diesen zelda aus zelda teilen das geht nach hinten aber der hat irgendwas getroffen auf jeden Fall was weiß ich jetzt gerade auch nicht link haben wir mal weggeschossen aber nicht weit monkey kong getroffen wieder bleibt nur acht dinger alle Freunde ist das hier wir haben oh nein spamen mit was gemeint so oh nein nicht schon wieder wir bleiben bei 9 momentan zweiten moment direkt hinterher und ja einer trifft donkey kong die bombe nach hinten mit dem roten Panzer Glück gehabt weil der wurde jetzt geht er uns auf uns können hier vorhin nur was farmen gehen und leck mich doch am fett äh am sack sieben Münzen haben wir jetzt gerade verloren sieben Münzen haben wir jetzt gerade mal eben kurz liegen geleist wobei link jetzt vorbei ist sogar wir hatten mal guten vorsprung wieder ein bisschen aufzuholen jawohl mit nehmen wir mit und sind wieder auf 10 aber das Rennen ist noch nicht beendet also es gibt noch was gibt's hin gut ne na komm hol mal das Ding noch Rennen Nummer 3 geht auch an uns ab auch bis bis So, Nixeren. Wario-Abfahrt, Sternkab! Letzte Renn in diesem Cup. Nett? Da haben sie mir was ausfallen lassen, um aus dem Flugzeug zu springen. Wie geil ist das denn? So, im letzten Rennen konnten wir ja die 10 endlich holen. Jetzt wollen wir sie wieder haben, aber in erster Linie wollen wir das Ding natürlich auch gewinnen. Ich finde die Strecke schon cool gemacht bisher. Beach freut sich natürlich. Ein bisschen Schledern hier. Können wir mitnehmen? Können wir hier den Sprung mit? Oh nein, bitte. Schon wieder ein roter Panzer gewesen. Ich finde schon, wie nachher die Zielanfahrt sein wird. Ich glaube nicht noch mal die Flugzeuge, oder? Nein, schade. Gehen wir noch mal hier lang. Das ist schon lange? Also, die sind schon lange so eine zweite Runde. Dritter momentan nur hinter Link und Tod. Wir haben sie Beile kassiert. Und hier geht's schön um die Schiepes, äh, Slalomstand durch. Also, mit und legen wir eine Banane noch aus. Letzte Runde, wir haben sogar noch was erwischt. Na, da vorne ist die Zielanfahrt. Und wir haben's geschafft! Geile Strecke. Das war nämlich nicht eine Runde, sondern halt eine Strecke, die in drei Abschritte geteilt war. Cool gemacht auf jeden Fall. Doch! Muss ich sagen. Wo man's auch mit Peach 60 Punkte verdient. Auch wenn wir nicht immer alle, ähm, Steine hatten. Ich ziehe schnell auf die Highlights. So. Vier mal die Eins davor und auch mit dem dritten Charakter holen wir uns. Mal haben wir 180 Münzen geholt. Und auch wieder Gold. So. Dann hab ich auch noch einiges aufgenommen. Wieder heute. Bei Folgen jetzt gemacht. Das war die dritte Folge. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der morgen Folge wieder bei Mario Kart 8 Deluxe. Auf der Nintendo Switch. Und dann das Thema durch. Dann belege ich mir, ob ich mal, äh, weil das Schlag den Star, oder Schlag den Rab, Schlag den Star. Ja, ich glaub Schlag den Rab heißt es. Ähm, wenn ich's dann holen, auf jeden Fall. Ich glaub ich's Schlag den Star. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Das heißt, wir werden bis auf die Switch gehen. Vielleicht war man ja noch mit dem Zelda und wir mal weiter. Aber, wie auch immer. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Mario Kart 8 Deluxe. Ciao! Bis zum nächsten Mal.